So, heute mal Druckvergleiche. Wir haben hier oben einmal einen Siebdruck von einem Mitbewerber und hier unten haben wir ein Shirt von Alphashirt mit einem hochwertigen Flexdruck. Und viele fragen sich immer, welcher Druck ist denn der beste? Viele sagen natürlich immer, ja, Siebdruck, wunderbar, geht in die Poren rein. Aber wir zeigen euch jetzt mal natürlich den übelsten Nachteil bei Siebdruck. Und zwar, wenn man hier zum Beispiel das wäscht und stretcht, sieht man hier schon, wie das überall reißt. Ah, da, da war es schon. Na ja, und nachdem man das dann zum Beispiel jetzt zwei- bis dreimal gewaschen hat, dann fängt das auch an abzubröseln. Das liegt halt in der Natur des Siebdruckes. Und jetzt mal zum Vergleich den Flexdruck. Er heißt ja nicht ohne Grund, Flex. Da passiert nämlich überhaupt nichts. Mit diesem Druck könnt ihr noch Jahre Spaß haben, weil dieser Druck reißt nicht. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen aufgeklärt. Bei der nächsten Wahl des T-Shirts zum Kaufen, daher immer schön bei Alphashirt kaufen. Tschüss!